Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Wir befinden uns immer noch in Ägypten bei der dritten Mission von Isis. Das ist das insgesamt 15. Level. Es heißt Verborgener Schrein. 61 Felder gilt es zu leeren und hier befindet sich der Teil eines Schatzes. So, und dann arbeiten wir uns hier mal vor. So, und da ist ein Seitengang, da kommen wir so nicht dran. Da ist ebenfalls ein Seitengang. Gut, dann bleibt da nur die Treppe. So, da haben wir das Plattenbruchstück schon mal. Na, machen wir hier schon mal auf der Seite weiter. Dann noch auf der Seite. So, damit haben wir dieses Level geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr von mir, dem Retro Gamer, verpasst. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 .